ja moin moin freunde der spielentzunft hier ist wieder spielverliebt auf spielverliebt tv ich stelle mich meinem angstgegner ich möchte den mal alleine schaffen ohne hilfe befinde mich im 14 durchlauf der sack heißt laurence und ist einfach krank schwerbrechenbar wirklich viele überraschende sachen drauf und eine der miesesten attacken die ich kenne diese wischschrubbt attacke ist wirklich übel und auch oft verheerend extrem verheerend es 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 WDR mediagroup Glocken Das ist ein guter Start Das ist Wahnsinn, was der Vogel abzieht Man befindet sich am anderen Ende der Halle quasi Und der springt einem entgegen Er kann auch mehr, er kann sogar auch noch an die Decke oben springen Also er kann auch von oben kommen Das ist irre Das ist wirklich irre Es ist aber gerade deshalb so interessant und spannend Das Beste ist wirklich, man bleibt immer an ihm dran Nur wenn man Dann ein bisschen Damage bekommen hat Und dann Dummerweise zurück geht So wie ich jetzt Kommt man aus dem Kreislauf auch schwer wieder raus Das Beste ist wirklich an ihm dranbleiben Und auch denn an ihm lieber heilen Oh oh, mein Blitz geht auch langsam aus Dann nehme ich dann erst einmal die Druckbildhülle Ich wollte den Boden nicht für die zweite Phase noch gut nutzen können Aber Hier ist auch ein Punkt, wo man kein Damage kriegt hinter ihm Aber es ist 20 Millimeter genau stehen Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja Ich bin jetzt am da seinem Ich bin ja, ich bin ich bin ja, ich binAR Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja Das ist ein D-Water-Fuhrer. Das hab ich selten Komm schon, Baby Komm schon, Baby Komm schon, Baby Ich häng die an der Kante fest, das ist so übel Komm schon, Baby 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 Bye, Bye und auf Wiedersehen Komm schon, Baby